ich bin kigalp und wir spielen heute eine lunde badwars 1 vs 1 ja wer es nicht kennt gibt es auch komme 1 vs 1 badwars pv ich hab doch gesagt gibt es auf komme man hier gibt es diesen großen und ein der große wird alles klar hat noch nichts das große packt hier irgendwie richtig halt rum also wer es nicht kennt ist es auf komme ein spielmodus 1 vs 1 eigentlich ganz normales badwars bis auf dass man kein unendlichkeitsbogen hat sondern man muss nicht pfeile verkaufen mit bronze ja da oben steht ein counter steht 0 zu 0 ich glaube es ist best of free soweit ich weiß ja kann sein machen wir ohne bogen oder ja die bogen ist ja es gibt aber ich gibt aber gleich kein eisenschwert so ist schon ich ja ich war schon damit ja was dem bogen geholt nein wir haben gesagt ohne bogen oder nicht warum bist du dann wieder gegangen da weiß ich nicht zu kippen weil damals also ich habe acht gold man kann keine items wegwerfen oh mein gott was war das bitte so das war das ist gegangen ja kann sein dass man keine todesnachrichten im chat kann sein kommst du aber nicht sofort zu mir oder die sind dabei auf germany alter was jetzt knüppel mich in ein paar jetzt kommen das ist langweilig ich mach doch gar nichts langweilig ja als ob du dein bett jetzt hier wird so ein scheiß deck eingebaut hat als ob du das getan hast weil das jetzt von mir wegläuft du hast keinen dünn auffolge ich habe mich nicht hoch ja wahrscheinlich mann äh runde eins geht an eckert an sieben pfeffer schläge ah ja weil ich die ganze zeit hier so gespammt habe also komm jetzt runter schlagen ist doch langweil ich habe gar keine chance mehr ja okay ich dachte es besser für diese wissen ich wollte ich noch mal heraus wo bist du denn hier muss mich wieder einstellen ja du wirst mich schlagen und die jugendin am besten da ist lavamann ich werde so hart in die laba reinfallen hey das bett ist ja ja gut ich auch das kann man aber nicht so gut zubauen ja sicher ist gut zubauen nein nein das kann man drauf tอoma du hast noch Platz ich ich werde hier nochmal ' ich ich ein bett noch nicht zu wird ein herz ein herz alter alter kommen jetzt hast du wieder gewonnen du hast mir mein eisen geklaut kann sein ja natürlich da bin ich als über gelaufen erst nicht sagt in der lüge gegangen wollte ich muss jetzt mal regen ich dann reken jetzt bitte ein bett zu baut man nicht kann nein gar nicht das diesmal hast du mir wirklich geklaut ja war absicht oh fuck oh damn oh shit ununterstand haben wir gesagt Ok. Ja. Ok. Ja, wahrscheinlich, du kleine Mizzet. Boah, stark. Hey, als ob ich jetzt wegen dem Browser überhaupt keinen Browser bekomme. Hey, nice! Wieso bekomme ich keinen? Ich kann keinen Browser aufsammeln! Ja, das ist bei mir aber auch so. Wo? Verpiss dich, du kleine Mistgestalt. Anstatt dass ich sich einfach dritte Bekümmert um bin. Du... Du Mizzet! Ich lass mich in Ruhe, Alter! Wie meins? Was hast du eigentlich für ne Spitzhacke, Mann? Ich hab ne schlechte, Mann! Nein! 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 Fuck, Alter! Oh, damn, son! Du hast ja ne ganze Kiste aus... Du hast mich ausgedaubt! Fuck! Ich hab jetzt selber Brustpanzer gemacht! Du darfst ja wie am Spiel! Vor allem... Du darfst ja wie am Spiel! Hey, du hast doch gar keine Kisten abgebaut! Mann! Was ist das? Ich hab vier Kisten abgebaut! Ich? Ja! Und ich hab grad 15 Eisen dabei! Und 10 Gold! Was? Ich bin lau! Ich bin lau! Ich bin lau! Wahrscheinlich! Ich bin wirklich lau gewesen, Mann! Ich bin gemütet, Alter! Aber du bist lau! Halt deine Augen! Du bist gestallt! Du bist gestallt, Alter! Wie du mich hart beleidigst! Ja und? Ich darf ja! Ah, du darfst ja! Klar! Das muss ich im Video nachher ausbieben, Mann! Halt deine Maul! No we do! Nooo! Und dann nochmal ich wieder einen Kitty-Swear-Counter! Hä, was hat das das eigentlich zu bedeuten, Mann! Ich hab's gar nicht verstanden! Wie, du hast es nicht gecheckt! Ja, ich hab's halt nicht gecheckt! Was heißt denn to swear? Schwören! Nein! Eben nicht! Hä? Fluchen! Ach so! Halt deine Maul! Alles klar! Ja! Jetzt mal geht's dir an den Kragen! Du... Krägerlings! Fuck! Wo hab ich eigentlich mein ganzes Gold für gemacht? Du hast gar nichts! Ah! Nein! Du hast die Kissen mit dem Gold, glaub ich, abgegoldet! Kann sein! Nee, hast du nicht! Schade! Ich hör' das wär's von der Ladeger, weil ich will nicht da und geh'n! Geh dahin! Was! Jaaa nein! Alter, du hast ja ganz geflogen. Das ist doch mal der Betten. Aber ich habe das perfekte Versteck für meine Kiste. Wie es so hässlich ist, dass man die Eiters nicht wegwerfen kann. Aus Öl, also sehr. Oh, der hier liegt echt viel Gold. Ja, Mann. Ja, Mann. Ah, was? Du kleines Haferkind. Ich hätte dich runterknippeln sollen, Mann. Wieso habe ich das eigentlich nicht getan? Das ist eigentlich nicht gegen die Lege. Äh, es hat nicht gebrochen. Äh, ist aber nicht gestorben. Achso, ich sehe sie nicht. Oh, ich habe ja noch einen zweiten Pischpanz. Nein, den habe ich dabei gehabt. Hm? Es ist irgendwie dumm, dass man unsichtbar ist schon in der kurzen Zeit. Ja. Oh, ich kann es dir nicht schlafen, was du nicht deswegen nicht gesehen hast. Oh, nein. Ich habe noch keine Lust zu. Ich sehe es. Und ich bin noch nicht. Was? Du hast auch keine Lust zu gefallen, dass man so bemerkt wird. Ich habe mein Ding nicht dabei. Ja, ich merke es. Das ist ja lustvoll zu nicht dabei. Lass das, was du nicht dabei hast. Oh, fuck. Aber du bist nicht hart, ne? Weil ich den ganz viel hier zum Schert mit dem Gamer oder nein. Was hat der Maul? Nein? Jetzt kommt keine Meldung? Jetzt kommt nie eine Meldung, man. Ja, aber normalerweise steht mit mir jetzt was. Hä? Wir haben gesagt, ich muss da knüppeln. Was ist denn los mit dir? Du hast mich auch einmal runtergeknüppelt. Hä? Aber nicht in dieser Runde. Ja, und? Aus dem hättest du mich übergeknüppelt, man. Hä? da geh ich dir 93 Nein! Nein! Das ist eine ganze Böcke! Ja! Wahrscheinlich! Bist du da? Bist du da? Bist du nicht? Ah! Alter! Bist du ja alles zu kennen! Hilfe! Hilfe! Was bist du denn für ne Pussi, du kleines? Ja! Wenn du jetzt sterb, dann kommst du doch zu mir! Ja! Ja! Bist du sowieso! Hey, nee, jetzt komm ernsthaft mal! Das ist doch richtig lame jetzt, oder? Ja! Ja, genau! Ich bin richtig lame! Ja, war ja auch richtig lame! Ja, und? Such dich nicht! Hättest du mal dein Blusspanzer mitgenommen, dann wär's nicht so... Ich hab ihn nicht genommen, hundertprozentig! Aber du hörst dich nicht an! Ja, ich hab ihn auch irgendwie nicht dabei! Ja, eben! Haha! Vielleicht hast du ihn mitgenommen, aber hast du entschlossen nicht dabei! Also, es kommt auch schon wieder davon! So! Ich weiß, wo deine Kiste ist! Was?! Ahaha! Damn, son! Where'd you find this?! Ich will jetzt aber wieder nicht down gehen, weil ich mir ja schon wieder was Gutes gemacht hab! Siehe da! WOOOOOAAAAAAH! Alter, man! Du hast deinen... WOOOOAAAH! Ich hab mein's gar nicht so zu gebaut! Oh, könnte ich hier noch! Ah klar! Dame! Ja, Dame! Nice! Mich runterknöppeln! Okay! Aber so... Oh, da brinnt sie da! Ja, wahrscheinlich bin ich... Die Lava hat mir nicht voll das Leben gerettet, als hab ich ewig die Runde gehint, weil die Web einfach so kackt. Du hast mein Zeug gestohlen, das war der Kette. Was ist denn los mit mir? Hm, ne? Im Moment noch nicht. Aber ich find's gut, dass wir ohne Bogen machen, weil sonst wär's einfach easy. Ja, weil das wär einfach easy. Ähm, Lidl. Nein. Du hast wieder keine Lidl, bist du? Doch, hast du aber keine Schuhe. Ah, was? Läuft schon bei mir, doch? Läuft schon bei mir, doch? Ich will einfach mal auf Kultun. Wir haben mal rüber. Hallo, so gut wie denn. Fuck. Oh, wenn du jetzt daugegeil wirst, jetzt so halt gefeiert. Du. Kleine. Hätt ich mir doch nur noch wechsel gemacht an der Fussie. Hau. Oh mein Gott. 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 Okay. Du haben ja soott angeschartaảmole. Ich spotted ihn gimme. Oh mein Gott! Ja, wir haben ja souo. Fade ich mich! Was ist denn hier im�scht? Ich habe mal wieder gesprungen! Du kleines Schuhrenböckchen! In die Lava, Alter! In die Lava mit dir, du brennende und feige Feuer! Auf ewige Zeiten! Nee! Wow! Ja, wahrscheinlich gehst du mich da unten! Ja, du bist ein Echse, oder? Find's nicht? Nein! Tu's nicht! Nein! Ah, fuck! Alter, jetzt war's nicht wieder zu, Mann! Ich hab's gar nicht zugewollt vorher! Also, ist es dir nicht aufgefallen, Mann? Ja, da war keine Kiste, das war mit Sandstone! Oh! Ja! Sonst wärst du schon viel früher down gegangen! Ja, wahrscheinlich! Äh, würdest du sagen, dass es nicht so gewesen wäre, wenn du vier Kisten weniger abbauen willst? Ähm... Nicht mehr! Glaub ich eigentlich! Du musst... Den sch... Schützen... So! Ich muss das mal wieder so komisch schmeißen! Ja, schon! Könnte vielleicht gleich liegen, dass ich nichts sage! Ja, warum? Da reißt er wieder die Drugs, oder? Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ja, wie geht's denn so? Ja, wie geht's denn so? Du kleiner Huhnbock! Endlich hab ich mal ein Bettl gewonnen! Sonst gewinnst du immer nicht! Du bist ein Scheitern verurteilt, ich weiß! Wow! Ja, weil du mein Bett nie down kriegen willst! Ja, weil du's einfach so übel, asozial dumm zubaust! Ja, ich mach's das! Ey, läuft! Ja, ich mach mich schon nicht... Boah, Alter, jetzt kommt, baue dich doch doch nicht so ein bisschen... Ja, genau, ist mein Bett nicht so zugebaut! Hab ich auch nicht! Du hast ja wohl... Du... Kleines Miststück, oder? So, bisschen lupen. Geh doch in die Lava, man! Weiß was, wegge ich hier ein bisschen. Du gehst ja nicht zu. Oder ich weg dich zu. Alter. Hey, da kann ich nichts dafür, dass du geflogen bist. Ja, genau. Nee, kann ich nichts dafür. Hä? Ich hab mit deinem Schwert, mit meinem Schwert geschlagen, du kleines. Ja, jetzt geht sie zu mir, oder was? Nee, tut sie gar nicht. Aber vielleicht soll ich sie schwenken. Oh, wir haben uns gegenseitig geschüttet! Was? Wie ging das denn? Nice. Äh... Kari? Ja? Dann würde ich sagen... Eindeutig... Ja, nein, Spaß! Ich wollte gerade sagen, eindeutig getrainiertes, aber... Alles klar, Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Halt dein Maul. Und das auch. Ähm... Oder ihr seid doch auch dafür, dass er einfach seine verfickte Fresse hält, oder? Gebt einen Daumen nach oben. Das wurde gebiebt, Alter. Das wurde hart gebiebt, Leute. Das kannst du nicht machen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr auch meiner Meinung seid. Und da ihr seid... Das ... Ja. 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 Ja.